Wie geht Hip Hop? Hier mein Home Studio, sehr reduziert, zwei Boxen, eine Audio Card und einen Laptop. Dann habe ich hier noch einen Plattenspieler und ein Mikrofon. Und das reicht auch schon grundsätzlich, um einen Hip Hop Beat und einen Hip Hop Song aufzunehmen. Und zwar wird nämlich erstmal von der Platte etwas gesampelt, was schon da ist und was uns sehr gut gefällt. Als Beispiel nehme ich hier eine Motorn-Scheibe. Sie heißt Foxy Brown von Willie Hutch und klingt so. Klingt jetzt etwas langweilig und wie so ein kleines Intro, aber gerade diese Intros können für Hip Hop Tracks sehr wichtig sein. Und es werden beim Samplen oft die Intros verwendet, weil da noch nicht so viele Instrumente drinnen sind, sondern nur einzelne. Und dadurch ist noch Platz, dass man nochmal ein neues Schlagzeug draufsetzt und einen neuen Bass zum Beispiel einspielt. Genau in diesem Lied könnte man das etwas hochpitchen, damit das Ganze einfach schneller ist. Dann ist man mehr so in der Hip Hop Geschwindigkeit drinnen. Master Ace hat das gemacht. Das ist ein großartiger Rapper aus New York und auch Produzent. Und der hat genau dieses Lied genommen und einen Hip Hop Beat draus gezaubert, der dann so klingt. Man hört das gleiche Sample. Diesmal mit einem Schlagzeug dazu. Genau, man sieht eigentlich, dass Hip Hop nicht unbedingt eine große musikalische Komposition ist, sondern ein ganz wichtiger Teil des Hörens ist und was gibt es schon, was kann ich wiederverwerten, was kann ich recyceln aus ganz alten Liedern, um etwas Neues entstehen zu lassen. Genau, das sind... Auf jeden Fall ist Sample ein wichtiger Teil von Hip Hop und in fast jedem Hip Hop Lied gibt es einen kleinen Sample. Genau, ich würde heute auch einen Sample-based Hip Hop Beat machen und zwar mit einem Sample von Johnny Halliday, ein französischer Sänger. Das Lied ist aus Ende der 60er Jahre und heißt Mon Fils, Mein Sohn auf Französisch. Ich kann es kurz anspielen lassen hier. Ich weiß nicht, was man da für, was man da ein Bild hat, wenn man so ein Lied hört, aber ich höre natürlich gleich raus, dass das Ganze natürlich auch in einem Hip Hop Beat sein kann und habe mir dieses Lied hier runtergeladen und in meinem Programm geladen, das Ganze zerteilt, zerschnitten und auf mein Klavier gelegt. Und ich habe jetzt hier quasi alle Einzelteile. Auch da ist es so, dass der Beat recht langsam ist. Und da kann ich hier mit meinem Gerät hier das ein bisschen hochpitchen. Das hat einfach schon mal mehr Power, das geht schneller, der Ton ist höher und dann kann ich hier so neu zusammenstellen irgendwie. Ich stelle hier zum Beispiel das Metronom auf 45 Beats pro Minute ein. Das geht so, zack, zack. Das hört man jetzt recht leise, ich mache es ein bisschen lauter. Und dann kann man da rumspielen. Also, und... Wie auch immer, da kann man dann echt auch mehrere Minuten, Stunden oder Tage damit verbringen. Genau, ich habe das jetzt schon vorbereitet und habe auch Drum Samples auf meinen... Kann ich euch auch noch zeigen, das ist ziemlich cool, weil ich hier einfach einen Beat, das ist halt einfach eine Bassdrum, die ich rausgeschnitten habe aus einem anderen Lied, die ich gut fand. Dann gibt es hier noch eine Snare, die wieder von einem anderen Lied ist. Warum spielt die nicht? Hier, okay. Mit ein bisschen Effekt. Und dann habe ich hier noch von einem anderen Lied eine Hi-Hat rausgeschnitten, die ich auch gut finde. Und genau, aus diesem ganzen Geschnipsel entsteht ein Beat, der dann so klingt. Genau, und das ist wirklich nur einfach der Sample und diese drei Drum Samples, Kick, Snare und Hi-Hat. Und was ich noch dazu gemacht habe, ist, ich habe einfach nochmal die fundamentalen Noten mit dem Bass nachgespielt, Also... Einfach nochmal, dass man so das Wichtigste vom Lied nochmal irgendwie stärker macht und das noch mehr zum Kopfnicken anregt, weil darum geht es beim Hip-Hop auch. Und vor allem geht es darum, dass man seinen Text auch schön schmücken kann mit guter Musik und dass die Leute die Geduld haben, sich den ganzen Text anzuhören. Und das ist auch der nächste Schritt. Man hat hier den Hip-Hop-Beat und ich könnte jetzt gleich das Mikrofon hier aufmachen, damit der Sound reingeht und meine Stimme drauflegen. Und das wird jetzt gemacht. Drück auf Start, Aufnahme. Drück auf Start Genau, so funktioniert das. Der Song wird hoffentlich bald rauskommen und ihr könnt ihn dann auf Spotify oder anderen Plattformen anhören und euch sagen, da war ich mit dabei, wie der Song entstanden ist. Genau, ich hoffe, ich habe euch bereichern können mit diesem Beitrag. Ihr könnt mir gerne Fragen stellen und ich kann darauf eingehen und auch Wünsche äußern, wenn ihr andere Fragen zu Songwriting oder Musikproduktion habt. Vielen Dank an das Kulturamt Kempten und an den Kulturlieferdienst für diese tolle Initiative. Ciao, macht's gut!